Der Bau der Ringwelt geht voran, mit drei großen Schritten. Wir sind schon bei 55 Prozent, aber da stehen immer noch Baustätten. Vielleicht fängt er nachher so ein Bau an, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie eine Ringwelt gebaut, deswegen bin ich selbst sehr gespannt, wie das dann ausgeht jetzt. Er fängt zum Glück beide Flotten ab, das Erweckte Reich. Wir können schon mal den nächsten Auftrag geben. Nächstes Schlachtschiff. Unser Forschungsschiff ist noch am forschen. Da kann ich noch warten. 61 Prozent. Da redet er auch von einer Ringwelt Baustätte. Ich habe die Vermutung, dass das erst der erste Teil der Ringwelt ist. Da sind noch weitere Teile anfolgen. Oh, oh, oh. Ich will mir keinen Gewand mehr. Das ist natürlich richtig ärgerlich. War das Despard? Ja. Despard hat kein... Es hat Despard keinen Raumhafen. Ich will erst mal einen Raumhafen bauen. Jetzt soll ich die einfach tauschen. Ich will nicht vom Habitat... Ich will nicht vom Habitat... Genau so. Kurz anhalten. Mal gucken, ob hier noch auf dem größten Planeten was frei ist. Was ist ja hier. Das Überprime. Ja, das ist ja hier. Das Überprime. So, wer das erledigt? Forschungsschiff ist arbeitslos, dann schieben wir es doch mal da hin. Das lassen wir uns nicht zerstören. Nein! Und kaputt ist es. Achtzehn weniger, ey, das tut richtig weh. Ach, Mann. Konstruktionsschiff dazu. Konstruktionsschiff dazu. Konstruktionsschiff dazu. Dann bauen wir da die Bergbaustation wieder hin. Da auch. Da oben. Abfangkurs. Sehr flotter. Irgendwie versuchen die abzufangen. Was ist mit unserem Bau hier? 79%. Das Auto greift an. Was macht unsere Welt? Sind die schon repariert? Ja. Ja. Die Frage, baue ich da jetzt nochmal einen Raumhafen hin? Hm. Es könnte ja auch sein, dass die Raumhäfen hier mal anloggen. Hm. Die war es mal zöbern. Die Flotte. Die Flotte. Ich gebe noch einen Auftrag. Und da ein paar Bergbaustationen. Da sind wir schon wieder bei 80, wenigstens etwas. Tatsächlich. Kaum brauchen wir da einen Raumhafen, kommt der angeflogen. Hostile Fleet detected. 93% von der Ringwelt ist fertig. Debris analysiert. Konstruktion complete. Ah, schon wieder zwei Floppen rein. Er fliegt aber auch schon wieder raus mit der Flotte. Kommt eine neue. Fragst du mal, wo fliegt der dann hin mit den Flotten? Ja. Na, darüber nämlich. Das war einfach ein Gene Card. Da kann ich nur auf Verstärkung hoffen, weil... mit einem schaffe ich es nicht. Debris. Ach mann. Oh. Ringwelt bauen. Wir können nun mit der kolossalen Aufgabe begehen, das Gerüst für unsere zukünftige Ringwelt um den Primärstellen des Dangal Systems zu bauen. Für dieses Grundgerüst benötigen Ressourcen und Materialmengen werden gewaltig sein. Hunderttausende unserer besten Ingenieure können denn jederzeit mit der Zerlegung der planetaren Körper des Systems in Gerüstbaumaterie beginnen. Okay. Fragst du das mal an. Oh. 20.000 brauche ich dafür. Okay. Dann schicken wir den erstmal. Werkbaustationen bauen. Den auf Abfangkurs. Ja, 20.000 muss man erstmal sparen. Die sind ja richtig teuer. Das sind ja noch nicht jede Menge Planeten. Ähnliche Konstruktionen. Reiherwelten, glaube ich. 24er. Vier Stück. Das lohnt sich schon. Das ist natürlich doof, wenn wir gleichzeitig wieder... Oh. Der Krieg wurde von unseren Herrschern verloren. Natürlich weniger gut. Schicken wir die Schiffe schon mal rüber? 20.000. Spare ich ja ewig drauf. 20.000. Spare ich ja ewig drauf. Fügen wir die mal wieder zusammen. Das Forschungsschiff... ...kann da forschen. Flotte ist wieder bereit. Gegen zwei mag ich die nicht in die Schlacht schicken. Ruined. Oh, da wird schon wieder alles zerstört. Er kümmert sich nicht. Dann werde ich wieder so viele Schiffe verlieren. Na, komm, spiel den nächsten. Ach, Mann. Der macht keine Anstalten anzugreifen, ne? Es wird so viele Verluste geben. Verdammt. Verdammt. Wir sind mit den Hunderttausender Daumen runter. Die fängt da ab. Dann warten wir ganz kurz ab. Debris analysiert. Es motiviert ihn nicht Versuchen wir es Bauen wir noch ein paar Bergbaustationen Ich muss eigentlich die Verluste ausgleichen 20.000 Ich muss eigentlich die Verluste ausgleichen Ein Viertel haben wir gerade mal So kann das Forschungsschiff Ein bisschen forschen auch nicht schlecht Hat das auch was zu tun Ich muss eigentlich die Verluste ausgleichen Ich muss eigentlich die Verluste ausgleichen